Hallo Martina, also ich möchte dir was sagen. Ich bin traurig, weil du antwortest mir nicht mehr und ich weiß, dass ich dir mit dem dauernden Telefon genervt habe. Und ich verzweifle jetzt, ob du jetzt mit mir Schluss gemacht hast, nicht mehr meine Freundschaft zu nützt oder so. Martina, ich liebe dich sehr, bitte. Kannst du mich mal einmal anrufen und mir alles erklären? Und ich werde dir auch versprechen, dass ich das nie wieder mache und dich nie wieder nerve. Wirklich, das stelle ich sogar im Internet. So bitte, ruf mich an, bitte. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich verzweifle einfach und ich halte es nicht ohne dich aus. Bitte Martina, ruf mich an, bitte. Bitte Martina, danke. Und diese Aufzeichnung ist nur für Martina, okay, weil ich sie mag. Und sie ist meine Liebe.